Mauro Palinja, ein Startelf-Kandidat. Und was hat ihm dazu bislang auch noch gefehlt? Ja, jedes Spieler ist Startelf-Kandidat beim MC Bayern München. Und jetzt, in diesem Moment, geht es nur um das Spiel gegen Kiel. Es geht noch nicht so um eine Rotation. Wir werden sehen, wie wir durch das erste Spiel kommen. Das ist auch das Einzige, was jetzt wichtig ist. Aber danach wissen wir schon, dass wir ohne eine breite, starke Karte, dass wir vielleicht der eine oder andere Ziel, dass es nicht so einfach ist. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder zur Verfügung steht und jeder bereit ist. Und ja, eigentlich mehr ist es nicht. Viele spielen noch und schauen wir mal.